Was prägt die Wirtschaft von morgen? Genau in dieser Frage gehen wir mit dem Wirtschaftsversprechen Deutschland auf dem Grund. Mit dem Podcast wollen wir hinter die Fassaden blicken und schauen, ob Startup oder Corporate, wer prägt tatsächlich unsere Zukunft. Seid dabei, hört spannende Gespräche mit interessanten Gästen und werdet Teil von WVD.